Musik Hallöchen ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu meinem All Times Favorite Video. Das Video, was ja noch ausstand. Ich möchte euch meine Produkte vorstellen, auf die ich schwöre, die ich schon sehr, sehr lange nachkaufe und die ich euch bedenkenlos empfehlen kann. Tut mir leid, dass das Video jetzt erst so spät kommt, denn natürlich habe ich super viel mit dem Shop zu tun, was mich natürlich sehr, sehr freut. Ich bin momentan an schönen Pinseln dran und auch Lidschattenpaletten. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das gedacht habe. Und jetzt noch ein ganz kleines Update vorneweg, denn ich habe zwei neue Produkte im Sortiment. Viele fragen ja immer an, kommt mal was Neues rein? Ja, es kommt was Neues rein. Und zwar gibt es zur Zeit ein schönes, neues, cremiges Lidschatten-Trio von Miss Cop. Und das nennt sich Eyeshadow Trio Creamy Pearl. Ich habe es noch zusätzlich genannt Golden Wine at Night. Denn wir haben hier eine goldig-platinartige Farbe, dann einen rötlich-bräunlich-move-farbenen Ton und hier unten ein tiefes, kräftiges Schwarz. Dieses ist matt, die beiden anderen sind metallisch. Und ich habe heute dieses Augen-Make-up damit geschminkt, ein wenig dramatischer, indem ich natürlich eine Menge von dem schwarzen Ton verwendet habe. Hier sind die Farben nochmal geswatcht. Ich hoffe, man kann das erkennen. Hier ist der Platinton, daneben der moe-farbene und das tiefe Schwarz. Nein, das ist keine Deutschlandflag, obwohl das ein bisschen so aussieht. Nein, auf dem Auge sehen sie natürlich sehr, sehr schön aus. Und zum Zweiten, die streichelweichesten Kabukis der Welt. Ganz, ganz sanft. Super, super zart. Und da fragt sich, schmusen oder schminken? Ich kann mich immer nicht entscheiden. Ich finde die ultra toll. Die sind jetzt auch noch da. Ganz, ganz, ganz begrenzt. Ganz, ganz wenige bloß da. Und von denen ebenso. Gar nicht so viele im Shop-Angebot. Weiterhin natürlich, ihr habt mir die schönen Lipscheine aus der Hand gerissen, was ich super verstehen kann. Creme de la Creme, super, super beliebt bei euch. Ich habe ihn hier nochmal geswatcht. Das ist der zweite. Ich habe ihn heute auch auf den Lippen. Sehr, sehr dezent, wie ihr seht. Passt super zum intensiven Augen-Make-up. Und natürlich Everyday Starling, der ebenso zu jedem Look passt, aber ein klein wenig mehr ins Rosé-Farben legiert. Wenn ihr das lieber mögt, das ist der hier unten nochmal. Und natürlich klassisch jetzt zu den Festlichkeiten. Ich werde ihn auf jeden Fall tragen. Hat Strawberry. Ein schönes, intensives Rot, was super zu klassischen und auch dezenten Augen-Make-ups passt. Und auch wieder dabei schon fast ausverkauft, was mich natürlich super freut, denn ich liebe sie auch und ich benutze sie auch fast jeden Tag, sind die Pearl Eyeshadows. Bilder, wie sie ausgeschüttet aussehen, also richtig das Produkt im Häufchen und dann auch auf dem Auge aufgetragen, findet ihr alles im Shop. Ich poste euch den Link nochmal in die Infobox, denn das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich die jetzt noch alle ausführlich vorstellen würde. Die habe ich ja schon mal ausführlich in meinem Swatches-Video vorgestellt. Das poste ich auch nochmal, falls ihr es noch nicht kennt und euch mal anschauen wollt. Okay, jetzt geht's los mit meinen Favoriten. Wir arbeiten uns von oben nach unten durch. Natürlich beginnen wir bei den Haaren. Meine absoluten Lieblingshaarpflegeprodukte sind nach wie vor, seit ich diesen großen Test gemacht habe, die Sayos-Produkte. Ich blende euch hier nochmal ein Foto von denen ein. Sie machen die Haare wirklich sehr, sehr, sehr geschmeidig, kräftigen sie auch, der Reparatureffekt, den dieses Produkt ja im Übermaß verspricht, das heißt ja Repair. Ist auch vorhanden, aber man braucht natürlich schon ein paar Wochen, bevor man das reparierte Ergebnis dann wirklich tatsächlich sieht. Aber man hat auf jeden Fall das Gefühl, die Haare haben wieder mehr Kraft. Ich selbst habe von Natur aus normalerweise so einen leichten Schwung nach außen. Und als ich dann angefangen habe, mir die Haare zu blondieren, natürlich so stark, ist natürlich die Kraft der Haare ein wenig entwichen. Und dieser natürliche Schwung ist einfach weggegangen. Das heißt, sie hingen einfach noch. Und seit ich Sayos benutze, ist er wieder da. Also, die Spannkraft ist auf jeden Fall wieder vorhanden. Das freut mich sehr. Die Haare sehen viel dynamischer aus. Allerdings, Sayos kommt in großen Flaschen. Ich befinde mich zur Zeit nicht in meiner Heimat. Das heißt, die Sayos-Flaschen sind zu Hause unglücklicherweise. Ich konnte sie nicht mitnehmen. Das hätte mein Gepäck gesprengt. Und ich wollte sie mir jetzt hier auch nicht nachkaufen, da sie ja auch nicht ganz so günstig sind. Deswegen habe ich hier vorübergehend, man kann das ja mal verschmerzen für einige Wochen, von Garnier Fructis kräftiges Pflegeschampoo Blondcare mit Aktivfruchtkomplex und Aufbaukomplex für blondes und feines Haar, natürlich oder farbbehandelt. Also für meins sehr gut geeignet. Ich habe es noch nicht so lange benutzt, deswegen kann ich euch jetzt noch keine Review dazu machen. Wenn es euch interessiert, dann schreibt mir das einfach und dann werde ich dazu eine Review drehen. Nachdem ich meine Haare mit diesem Produkt einschamponiert und wieder ausgespült habe, gibt es für mein Haar, um den schönen silbrigen Effekt zu erzeugen, den ihr ja alle kennt, noch eine Spezialbehandlung. Und zwar schamponiere ich das Haar ein zweites Mal, aber mit einem anderen Produkt. Und das ist, ich will überhaupt nicht mehr drauf verzichten, Swiss Opa Silver Shine, Silver, ich, für blondiertes oder graues Haar. Das ist also für jedes Haar, was zu einem Gelbstich neigen kann. Und wenn man Haare blondiert, zieht es den Gelbstich aus dem Haar heraus. Natürlich macht es die Haare nicht heller. Es sorgt nur dafür, dass man nicht so gelb strahlt. Und das ist meine absolute Geheimwaffe für den schönen Silbereffekt, den ich jetzt heute dann auch noch am Ansatz bekommen werde. Er ist schon ein bisschen aufgehellt, aber da geht noch was. Und ja, das absolut zu empfehlen für alle Blondies, die gern so ein schönes kühles Blond hätten. Wer gern ein goldiges Blond möchte, der sollte das nicht benutzen, denn das zieht ja diesen Gold- und Gelbstich natürlich auch aus dem Haar heraus. Ich liebe das. 3,95 Euro. Das hier hat gekostet 90 Cent im Angebot, normalerweise um die 2 Euro. Damit die Haare noch schön gepflegt werden und sich dann auch besser kämmen lassen, benutzt man ja normalerweise noch eine Spülung. Ich benutze auch die von Zayas eigentlich, aber wie gesagt, sie ist nicht hier. Und ich habe mich ganz, ganz bescheiden beholfen mit der Rossmann-Marke Young. Young. Seitenglanzspülung mit hochwertigem Weizenprotein für trockenes und strapaziertes Haar. Es ist pink, wie ihr seht. Auch die Substanz ist rosa. Die riecht nach Rose und macht die Haare wirklich, ich muss es sagen, sehr, sehr, sehr geschmeidig. Wie ich erkennen kann, sind ja auch keine Silikone drin. Und es ist für den günstigen Preis wirklich ein schönes Produkt, was die Haare ganz, ganz leicht kämmbar macht. Und auch wenn sie trocken geföhnt sind oder luftgetrocknet, wie ihr möchtet, und man greift rein, sind sie noch ganz, ganz zart, fließend, richtig geschmeidig. Lassen sich trotzdem noch frisieren. Also sie gleiten einem nicht aus der Hand. Ich muss sagen, das ist wirklich eine tolle Übergangslösung. Wenn ihr gerade irgendwo unterwegs seid und gerade mal ein neues Haarpflegeprodukt braucht, was vielleicht auch nicht so teuer ist, weil ihr seid gerade nur auf Reisen oder habt nicht so viel Geld. Also, Young, wirklich, ich muss sagen, sehr begeistert. Hätte ich nicht gedacht. So, und nach dem Haare waschen geht es ja ans Trocknen. Und da ist ganz, ganz wichtig für mich, immer ins feuchte Haar, Glisskur Haarfestiger. Repair Styling, Volumenschaumfestiger, gesundes Haargefühl steht hier, ultra starker Halt, die Nummer 4 habe ich. Für feines und plattes Haar schreiben sie sogar, Langzeitvolumen und gepflegter Halt. Ich möchte darauf nicht mehr verzichten. Glisskur kennt man ja eigentlich unter Repair. Glisskur repariert das Haar. Ich muss sagen, eine mega, mega reparierende Wirkung habe ich da nicht festgestellt. Aber die Festigung und das Volumen, was man durch diesen Festiger erhält, ist wirklich sehr, sehr gut. Insbesondere in Kombination mit Föhnen. Also, mein Haar ist feucht. Ich gebe eine relativ große Menge in die Hand, verreibe sie dann, dass sie ein wenig kleiner wird natürlich. Knete es in den Haaransatz direkt hinein. Erstmal nicht in die Längen, denn Volumen entsteht am Haaransatz. Wenn der Haaransatz kein Volumen hat, dann wird auch der Rest der Frisur natürlich platt sein. Umgedreht geht das schlecht. Platter Haaransatz und Volumen danach wird nicht funktionieren. Also, den Schaumfestiger in den Haaransatz einmassieren. Wie ihr hört, es ist fast leer. Deswegen habe ich mich beholfen, diesmal mit einem anderen Produkt. Habe ich mir geholt von Taft Volumen Power. Ich bin mal gespannt. Schaumfestiger, ultrastark. Das ist auch die Nummer 4. Hier gibt es aber noch eine Nummer 5. Die habe ich allerdings nicht gefunden. Sonst hätte ich die vielleicht genommen. Obwohl Volumen eigentlich sehr, sehr gut klingt. Und ich glaube, das wollte ich einfach mal versuchen. Bis zu 100% mehr Volumen vom Ansatz an. Und sogar 48 Stunden halt. Das heißt, zwei Tage lang. Das heißt, man darf damit einmal schlafen und hat dann immer noch Volumen. Ich bin gespannt. Ich habe es erst seit gestern. Und auch dazu gibt es eine Review, wenn ihr mögt. Das kostet 1,65 Euro. Das kostet 2,50 Euro ungefähr. Und ich bin gespannt, ob es mit dem anderen mithalten kann. Okay, gehen wir zum Gesicht weiter. Das Erste, was wir machen, ist, das Gesicht natürlich zu reinigen. Und da habe ich einen Favorite, den ihr wahrscheinlich schon in einem meiner Sommervideos gesehen habt, die ich im Wald gedreht habe. Und ich zeige es euch jetzt nochmal, was ja der Beweis dafür ist, dass es über ganz, ganz lange Zeit mein absoluter Favorite eben ist. Pure Zone von L'Oreal. Das ist für mich absolut beste Anti-Unreinheiten-Produkt, was es gibt. Anti-Midesser, Porenverfeinernde Lösung mit Salicylsäure, bekämpft Midesser, reinigt, verkleinert und verengt die Poren, bestätigte Wirksamkeit. Hier sind 200ml drin. Es kostet 4,50 bis 5 Euro. Das ist es auf jeden Fall wert. Vor ihr euer Geld in wirkungslose Produkte investiert, dann habt ihr es ja auch irgendwann ausgegeben, investiert es in ein Produkt, wo ihr wisst, das hilft. Und das ist bei mir das Einzige und ich habe so viel im Drogerie-Bereich versucht, was hilft. Es hilft, es hilft, es hilft. Und wenn ich es mal eine Zeit lang nicht benutzt habe, weil es beispielsweise alles ist und ich nicht geschafft habe, es nachzukaufen, merke ich sofort, da kommt wieder was. Ich benutze es ungefähr eine Woche und dann merke ich eine wesentliche Besserung meiner Haut. Ich habe jetzt nicht so große Probleme mit Unreinheiten, Pickeln oder so, aber auch je nachdem, gerade wie viel Stress ich habe, das sieht man mir sehr an der Haut an. Das ist fast meine Geheimwaffe. Ich empfehle es euch sehr. Gut, Gesicht ist gereinigt. Wie pflegen wir das Gesicht? Meine Ansprüche an eine Gesichtscreme sind vor allem jetzt, ich in meinem Alter, ein bisschen eine straffende Wirkung. Und die habe ich bei noch keinem Produkt feststellen können. Das konnte Diadermin sein, das konnte L'Oreal sein, Nivea. Falkenglättende Wirkungen, da bin ich schon fast davon weg, dass es sowas eventuell überhaupt gibt. Deswegen achte ich jetzt nur noch auf eine gute Feuchtigkeitsspendung und dafür brauche ich auch keinen Haufen Geld mehr rauszuschmeißen, was ich auch nicht mehr tun möchte. Und deswegen habe ich mir hier einfach mal ganz spontan eine Gesichtspflege von Rivel DeLoop gekauft. Revital Q10 steht drauf, straffende Anti-Aging Pflege Tagescreme. Hier steht straffende Anti-Aging Pflege drauf. Wie gesagt, ich glaube nicht wirklich daran. Ich habe es einfach mal probiert. Aber in jedem Fall spendet sie sehr gut Feuchtigkeit und das ist mir das Wichtigste. Ich denke nicht, dass sich dadurch irgendetwas verändert an meinen kleinen Fällchen. Die ist wirklich gut für eine schöne Feuchtigkeitsversorgung. Aber eine ultimative Gesichtscreme, glaube ich, kann man überhaupt nicht empfehlen. Jede Haut hat andere Ansprüche. Manche sind trocken, manche sind sehr empfindlich, manche haben eine fettige T-Zone, manche fetten im ganzen Gesicht. Dann gibt es unreine Haut. Also jede Haut braucht ihre Spezialfliege. Und wenn ich mal auf der T-Zone zu schneller Nachfettung neige, dann benutze ich sehr, sehr gern von Yves Rocher die Bio Specific. Ich blende euch gleich noch ein Foto ein. Die mattiert wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also wer schnell, schnell nachfettet, schaut euch die mal an. Sie müsste 5 bis 6 Euro kosten. Hier kommt das Bild. Also, sehr, sehr empfehlenswert. Okay, Gesicht ist gereinigt und gepflegt. Und was kommt dann? Natürlich Foundation. Wenn ihr Foundation benutzt. Ansonsten spart ihr diesen Schritt aus. Aber ich war, wie ihr wisst, nie ein Freund von Flüssig Foundation. Ich fand das immer zu batschig, zu cremig, zu pappig. Ich wollte nicht so viele Schichten im Gesicht haben. Und ich hab's auch eigentlich, meines Erachtens, nicht so gebraucht. Aber natürlich hat's mich sehr interessiert. Und ich wollte für euch natürlich auch ein bisschen was ausprobieren. Und dachte mir, ich beginne im Low Budget Bereich. Ich beginne mit Essenz. Ich beginne mit einer sehr, sehr günstigen Marke und arbeite mich dann hoch. Weil ich davon ausgegangen bin, wenn ich im günstigen Bereich anfange, werde ich sowieso nicht zufrieden sein, da die Qualitäten ja dort wahrscheinlich nicht so gut sein können. Hm. Falsch gerechnet, muss ich jetzt sagen. Ich bin wirklich überrascht, welch einen Glücksgriff ich gemacht habe. Und das sage ich nicht einfach nur so, das meine ich auch so. Ich zeige euch das Produkt und sage nur, das könnt ihr problemlos ausprobieren. Super Empfehlung von mir. Wirklich. Essenz Soft Touch Mousse Make-Up. In der Farbe Matt Sand. Oder Sand. Das ist ein Mousse. Das kennt ihr wahrscheinlich schon von Jade. Dieses Dream Mousse Make-Up. Das habe ich niemals versucht. Aber ich habe mich im Geschäft beraten lassen. Mir wurde gesagt, diese Mousse sind wirklich sehr, sehr gut. Und ich kann es nur bestätigen. Wie ihr seht, es ist schon fast alles raus. Hier unter diesen Rändern hängt noch genug, sodass ich noch für ein paar Wochen bestimmt hinkomme. Denn das ist super, super ergiebig. Das hat eine ganz, ganz schöne, fluffige, leichte Konsistenz. Überhaupt nicht cremig oder pappig oder das, was man manchmal über Foundations hört. Man streicht es einfach auf wie eine ganz normale Creme. Im ganzen Gesicht. Ich tupfe es erst immer ein bisschen und dann verreibe ich das. Super. Es ergibt keine Streifen. Es geht spielend leicht. Man hat das Gefühl, wie von einem Hauch von nichts. Das Hautgefühl. Aber es deckt gleichzeitig wahnsinnig gut. Und das ist das Schöne daran. Es ist ganz leicht und es deckt super, super gut. Also wenn ihr auch ein paar Unreinheiten habt, die deckt das problemlos ab. Wenn es dann größere Pickel sind, sollte noch ein Abdeckstift hinzukommen. Den werde ich euch gleich noch zeigen, welchen ich benutze. Aber ich muss sagen, für den ersten Test und für 3,75 Euro. Und ich komme damit jetzt aus, bestimmt über einen Monat. Und es ist immer noch was drin. Also ich denke, zwei Monate kommt man mit so einem Töpfchen aus. Also 3,75 Euro für zwei Monate. Allerdings, wenn ihr ganz, ganz, ganz helle Haut habt, dieses Produkt gibt es nur in drei Farbnuancen. Und das ist schon die hellste. Und ich empfinde sie für meinen Hauttyp, der ein bisschen gebräunt ist. Man sieht es ja nicht. Ich weiß, ich wirke immer wahnsinnig blass in diesem Licht. Dafür ist es okay. Aber ich denke, welche, die wirklich mega blass sind, da könnte es vielleicht ein bisschen zu dunkel sein. Deswegen ins Geschäft gehen, mal ein bisschen im Gesicht ausprobieren. Nicht auf der Hand. Meistens ist der Handrücken ein wenig heller als euer Gesicht. Deswegen auftragen, vielleicht auch mal raus ans Tageslicht gehen, einen Handspiegel nehmen und reinschauen. Denn Produkte können im Tageslicht auch ein bisschen anders aussehen als im Kunstlicht, in der Drogerie. Und wenn es in beiden Lichtern euch dann gefällt und gut zu eurem Hauttyp passt, dann habt ihr das richtige Produkt erwischt. Deswegen ausprobieren. Im Grunde absolut empfehlenswert. Ich bin sehr begeistert. Momentan habe ich kein Bedürfnis danach, mich in einen höheren Preisbereich vorzuarbeiten. Warum soll ich mehr Geld für was ausgeben, womit ich jetzt schon zufrieden bin? Okay, auf die Teenzone gebe ich anschließend noch ein klein wenig Puder. Denn da fettet man ja doch, auch wenn man ein schönes mattierendes Produkt wie dieses hat, ja doch nach einigen Stunden immer mal nach. Und dazu benutze ich ein Produkt, was mir netterweise vorgestern heruntergerieselt ist und in 500.000 Teile zerbrochen ist. Das kann ich aber jetzt nicht ändern. Ich benutze es ja trotzdem weiter. Mit einem Pinsel von Ebelin einfach hinein und natürlich auf der T-Zone ein klein wenig aufpressen, aufdrücken. Dann verschmilzt es sehr schön mit der Haut und man ist da auch über Stunden sehr, sehr schön mattiert. Dieses Produkt ist von Jade. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich das Puder von Max Faktor so toll finde. Allerdings wollte ich mal was Neues probieren und habe mich dann für Jade entschieden. Ich muss sagen, damit bin ich fast noch ein bisschen zufriedener, weil es doch noch ein bisschen mehr mattiert als das Max Faktor, was nicht direkt als Mattierungspuder, sondern als Abdeckungs- und auch Mattierungspuder, aber nicht explizit Mattierungspuder, konzipiert wurde. Also, das ist sehr, sehr mattierend und sehr gut. Nachdem ich die Foundation und das Puder aufgetragen habe, kommt der Abdeckstift und zwar auf die Partien, wo noch kleine Pickelchen und Unreinheiten vorhanden sind und die noch nicht abgedeckt worden sind durch die Produkte, die ich schon drauf habe. Von Manhattan benutze ich die Farbe Sable, das ist die Nummer 2. Und ja, ich benutze das Produkt erst ganz zum Schluss nach Foundation und nach Puder, denn ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man es vorher aufträgt und dann andere Produkte drüber gibt, wird dieses immer wieder ein wenig abgenommen. dadurch, dass man natürlich mit den anderen Produkten ein bisschen drankommt und draufkommt. Ansonsten müsste man die Foundation drumherum auftragen oder auch drumherum pudern, weil man kommt ja doch immer ein bisschen dran. Also, das trage ich ganz zum Schluss auf, verstreiche die Rände dann ein bisschen, so dass man das auch überhaupt nicht als Abdeckprodukt erkennen kann und dann habt ihr wirklich einen super schönen, ebenmäßigen, mattierten Teint ohne Unreinheiten und damit bin ich sehr zufrieden und das kann ich euch auch nur so empfehlen. Okay, Gesicht ist gemacht und wir fangen wieder von oben nach unten an. Die Augen, zuerst die Augenbrauen. Da habe ich zur Zeit einen sehr, sehr, sehr guten Augenbrauenstift beziehungsweise sogar einen doppelten von Revlon Color Stay. Den hat mir die liebe Lünn geschickt. Sie hatte mal ein Video gemacht, in dem sie drei dieser Produkte an Blogger, also Leute, die einen Blog haben und da Testberichte drauf schreiben, verlost hat. Ich habe leider noch keinen Testbericht darüber geschrieben, denn ich wollte ihn erst umfassend testen und ihr seht, er ist eigentlich zum Rausschrauben und ich schraube, aber es kommt nichts mehr, denn ich habe ihn schon komplett aufgebraucht, weil er so gut ist. Lünni, danke, das ist ein tolles Produkt. Er ist in der Farbe Braun, also eine braune Farbe. Ihr seht das hier. Und super gut geeignet für meinen Teint. Wenn man ihn ein wenig stärker aufträgt, wird er natürlich intensiver im Ton, aber da ich ihn nur ganz leicht strichele, passt er super gut auch zu meinen hellen Haaren. Der hat wirklich eine optimale Farbabgabe auf den Augenbrauen. Er ist nicht zu kräftig. Einige geben ja zu viel Farbe ab, da hat man dann richtige Balken. Andere geben zu wenig ab, da sieht man es gar nicht. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man ihn aufstrichelt, in Wuchsrichtung natürlich, dass er die Haare schon ein klein wenig mit fixiert. Das heißt, dass die Haare dann auch schon schön in Form liegen. Normalerweise habe ich dann anschließend immer mit einem Fixierungsprodukt die Augenbrauen noch ein bisschen gefestigt, sodass die tagsüber auch so bleiben und die Härchen quasi nicht verrutschen, sodass man dann hier eine kleine unebene Kante beispielsweise drin hat, was ja manchmal passieren kann. Mit diesem Produkt passiert das überhaupt nicht. Ich finde das super, super toll. Es hat noch eine zweite Seite, das ist ein Highlighter, aber der Braunton, den mag ich wirklich sehr gern. Das ist ein sehr, sehr guter Augenbrauenstift. Okay, gehen wir weiter zu den Augenlidern. Und was kommt da zuerst drauf? Natürlich Lidschatten Base. Ich benutze, schon das zweite Mal nachgekauft, weil ich sie sehr, sehr gut finde, obwohl sie so günstig ist, von Rivel de Loup, die Eyeshadow Base. So sieht das Deckelchen aus, mit einem kleinen Emblem drauf. Sie kostet 2,45 Euro. Ich habe sie sogar einen Euro günstiger bekommen im Angebot. und es ist eine cremige Substanz, die in einem kleinen Töpfchen kommt, also nicht wie bei P2 in dem kleinen Tübchen, sondern direkt zur Entnahme mit dem Finger. Sie ist ganz, ganz cremig und natürlich auch etwas cremiger als die von P2. Aber ich finde, sie hält dafür auch den Lidschatten viel, viel besser auf dem Auge und sorgt dafür, dass er nicht in die Lidfalt rutscht und das auch wirklich den ganzen Tag lang. Das kann ich wirklich bestätigen. Diese Base ist für 2,45 Euro sehr, sehr, sehr gut und empfehlenswert. Und hier sind drin 5 Milliliter. Gibt es nur bei Rossmann, denn Rivel de Loup gibt es natürlich nur bei Rossmann. Okay, Lidschatten Base ist drauf, dann kommen die Lidschatten. Was sind meine Favoriten-Lidschatten? Die 120er Palette ist natürlich der absolute Hammer. Das ist überhaupt keine Frage, aber ich muss sagen, seit meinen Shop-Produkten benutze ich fast nur noch die für das bewegliche Lid. Für die Lidfalte, wo man ja immer einen dunkleren Ton aufträgt, um ein bisschen Kontur und Tiefe zu verleihen, da benutze ich ab und zu auch nochmal einen Ton aus der Palette, einen braun beispielsweise oder jetzt wie hier auch einen dunklen, der aber natürlich aus dem Neur Lidschatten-Trio von Miss Cop stammt, so wie auch die anderen Farben, die ich drauf habe. Aber für das bewegliche Lid benutze ich eigentlich nur noch die Pearl Eyeshadows, die ich im Shop habe. Ich liebe sie und zwar alle, wirklich. Und das sage ich nicht nur, weil ich sie anbiete, sondern umgedreht. Ich biete sie ja nur an, weil ich sie so gut finde. Insbesondere liebe ich Coral Starshine, den schönen Korallenton, das Rosé, was so ein bisschen ins Goldene geht und auch Cappuccino Honey, dieser schöne, hellbräunlich, Cappuccino-farbene, goldige Ton. Und Coral Starshine, also dieser roséfarbene, leicht goldige und damit auch warme Ton, sowie auch Prinzess Deluxe, das ist eher ein kühler Pinkton, der auch wunderschön schimmert. Die beiden eignen sich hervorragend als Blush, als Rouge für die kleinen Apfelbäckchen. Sie verleihen auch einen schönen Glow. Ich hoffe, man kann es hier ein bisschen erkennen. Ich habe heute beispielsweise den Coral Starshine drauf, passend zum heute nicht kühlen, sondern doch ein wenig warmen, wenn auch dramatischen Augenmake-up. Also, die sind multifunktional, ich liebe die und ich liebe auch die und deswegen kann ich leider nur sagen, meine Favorites an Lidschatten sind meine eigenen. Okay, Lidschatten ist drauf, was kommt jetzt? Natürlich Mascara. Mascara aber niemals, Leute, ohne Wimpernzange. Wimpernzange ist sehr, sehr wichtig, um den Wimpern wirklich einen schönen, langanhaltenden und auch intensiven Schwung zu verleihen. Eine Mascara mit einer geschwungenen Bürste, die also denselben Effekt verspricht, hält diesen meistens nicht. Es geht einfach nicht, denn hier hat man durch den Druck, den man durch die Hand ausübt, natürlich einen viel, viel stärkeren Schwung-Effekt. Und, für mich wichtig, Volumen-Mascara. Ich stehe auf geschwungene und gleichzeitig dichte Wimpern und hier haben wir auch schon mein Lieblingsprodukt. Das ist der Jade Volume Express Turbo Boost. Kostet ungefähr 4,50 Euro bei DM und bei Rossmann. Ist für mich die absolut beste Mascara, die ich bisher gefunden habe. Sie macht die Wimpern wirklich sehr, sehr schön dicht. Sie verklebt sie dabei nicht, sie trennt sie sogar noch. Ist auch super wischfest und langanhaltend und wenn man mehrere Schichten aufträgt, hat man dann wirklich keine Fliegenbeinchen, keinen Klebe-Effekt. Ich mag die sehr und für 4,50 Euro denke ich, das kann man sich auf jeden Fall leisten, denn sie hält ja natürlich auch lang. Allerdings, sie ist derzeit leer und ich dachte, natürlich, wie ich euch versprochen habe, ich teste mal auf etwas Günstigeres, denn viele von euch stehen ja so ein bisschen auf die Essence-Produkte oder auch Catrice P2 und da dachte ich mir, als ich vorgestern auch am Catrice-Stand war, ich probiere jetzt eine Volumen-Mascara von Catrice und habe mich entschieden für die Glamorous Volume Volume Boost steht sogar noch mal drunter. Sie ist ein wenig länger als meine Lieblings-Mascara. Das seht ihr. Aber ihr seht, die Bürstchen sind in etwa gleich lang, haben auch ungefähr dieselbe Form und ich muss sagen, sie sind auch in der Wirkung fast gleich. Ich habe sie gestern und heute verwendet und ich muss sagen, beim Auftrag ist sie wirklich super, super gut, kann auf jeden Fall mit der Jade mithalten. Man kann hier ebenso mehrere Schichten auftragen, ohne dass es verklebt. Allerdings finde ich, dass es bei der Jade noch ein bisschen, bisschen besser ist. Also die Catrice neigt schon ein bisschen dazu, dann im Laufe des Tages auch die Wimpern ein ganz, ganz klein wenig starr zu machen. Das macht die Jade überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, für 2,75 Euro die Catrice kann sie auf jeden Fall mit der Jade mithalten und wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht so den Fall-Sage-Effekt mögt, so wie ich beispielsweise und nur einfach ein ganz normales Volumen wollt, da finde ich die wirklich sehr, sehr gut. Das ist natürlich schon ein bisschen professioneller, aber ich werde hier auf jeden Fall leer machen, die Catrice. Ich benutze die jetzt auch zu Ende und wer weiß, vielleicht kaufe ich ja dann sogar die nach, weil ich denke, ich habe nach der Jade gar kein Verlangen mehr. Es sind ja immerhin fast 2 Euro mehr, die man dafür ausgibt. Gut, bleiben wir immer noch bei den Augen, denn was fehlt? Stift-Kajal. Jade Expression. Meine absolute Nummer 1, die Kajalstifte von Jade sind super. Die Farbabgabe ist optimal. Sie sind weder zu hart, sprich, sie haben keine zu geringe Farbabgabe, wie einige Kajalstifte gerade von den billigeren Marken, die man ja dann meistens noch ein bisschen anwärmen muss, sodass sie die Farbe optimal abgeben und sie sind auch nicht zu weich, sodass man das Gefühl hat, es schmiert oder es würde dann im Laufe des Tages verwischen. Überhaupt nicht und den gibt es natürlich auch noch in ganz vielen verschiedenen Farben, die ja alle dieselben Eigenschaften haben und damit alle genauso gut sind. Ich persönlich präferiere dann auch noch den weißen. Meiner ist sehr, sehr klein, denn der ist schon ganz, ganz abgenutzt. Der weiß ist natürlich genauso toll auf die Waterline, um das Auge größer erscheinen zu lassen und das natürlich zur Umrandung des Auges. Vom Augenaußenwinkel ungefähr bis zur Mitte des Auges leicht vorstricheln, um hier unten eine schöne Kontur zu bekommen und wer mag, auch gerne am Oberlid über der Wimpernlinie, doch da präferiere ich meistens noch Liquid Eyeliner. Eyeliner mit einem kleinen Pinselchen, der flüssig daherkommt und für einen ganz präzisen Oberlidstrich sorgt und noch farbintensiver ist als dieser hier und mein Lieblings Liquid Eyeliner ist von P2 Beauty Insider, auch in schwarz. Er kostet 2,25 Euro. Kommt mit einem kleinen Pinselchen, lässt sich ganz, ganz leicht applizieren. Ich stelle beim Auftrag immer einen kleinen Finger hier auf die Wange, schließe die Augen halb, fange in der Mitte an und strichle mich ganz leicht nach außen, ziehe dann einen kleinen Flech nach oben, so wie ich das immer mache, das kennt ihr ja, und arbeite mich anschließend von der Mitte aus immer strichelnd ein wenig weiter nach innen vor. Ich werde da vielleicht auch nochmal ein Tutorial dazu machen, demnächst sollen auch noch ein paar Basic-Videos kommen. Ich denke, da stelle ich das nochmal genauer vor. Aber in einigen Videos seht ihr das auch sehr, sehr gut, wie ich den auftrage. Also schaut beispielsweise mal in das Video Genieße den Herbst hinein. Da zeige ich das direkt vor der Kamera, wie ich das mache. Und das ist überhaupt nicht so schwer. Also ihr kriegt das auch noch hin. Gut, dann ist das Augen-Make-up also drauf. Und was befindet sich noch an den Augen? Natürlich hier dieser Bereich. Da kommt Concealer drauf. Wenn man morgens aufsteht, ein bisschen zur Augenschatten neigt, ein bisschen zur Augenringen, ist Concealer wirklich unentbehrlich. Aber es muss der richtige sein, denn einige werden relativ schnell trocken. Es entstehen kleine Knitterfältchen über den Tag, gerade wenn man etwas lacht oder grinst, dann setzt sich das in den Fältchen ab und man sieht noch viel, viel abgespannter aus, als man das eigentlich ist. Und das ist ja überhaupt nicht der Sinn von Concealer. Aber der Beste, den ich bisher entdeckt habe, ist noch immer, das habe ich schon im Sommer gesagt und jetzt ist Winter, Allround Concealer von Catrice. Hier kommen fünf kleine Pfännchen. Wir haben drei Birchnuancen, einmal eine dunkle, eine mittlere und eine helle. Ihr seht, die mittlere habe ich immer verwendet, die ist schon leer. Und jetzt kombiniere ich einfach die beiden. Dann habe ich auch wieder den mittleren Ton raus. Also die könnt ihr auf jeden Fall alle aufbrauchen. Hier ist noch ein Roséfarbene, der zur Abdeckung von Augenschatten geeignet ist. Und hier das Grün zur Kompensierung von roten Stellen. Also Grün als Komplementärfarbe zu Rot soll dann rote Stellen im Gesicht, wenn man vielleicht auch ein bisschen Couperose hat, aufheben. Ich muss sagen, das habe ich ein einziges Mal versucht. Ich fand es nicht so effektiv. Ich fand, man hat da den Grünstich noch sehr stark gesehen. Deswegen habe ich es auch nicht benutzt, was aber kein Problem ist, denn die anderen halten Ewigkeiten. Also wirklich seit einem halben Jahr habe ich diese Palette und die drei Töne, die beiden sind fast noch nicht leer. Der ist leer, aber er hat auch lange gehalten. Also 2,75 Euro. Ich habe sie von Müller und da seid ihr wirklich gut beraten. Wir gehen weiter im Gesicht vor und sind jetzt auf der Wangenpartie. Da gibt es drei Sachen. Wir konturieren, wir highlighten und wir setzen kleine Apfelbäckchen, wenn wir ein bisschen frisch und ausgeruht aussehen möchten. Konturieren tue ich nach wie vor. Wer mein Konturierungstutorial gesehen hat, der weiß das. Ich poste das nochmal in die Infobox, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Nach wie vor mit dem Essence Soft Matte Eyeshadow in der Farbe Silky Smooth. Das ist ein schönes Schokoladenbraun. Ihr seht, hier ist schon aufgebraucht und mit dem Rougepinsel von Eveline. Ein wenig hineinstippen, die Linie vom Mundaußenwinkel bis zum Ansatz des Ohres hier oben denken. Dann entsteht eine Linie. Wir setzen dann direkt hier an dieser Stelle an und fächeln uns in leichten Hoch- und Runterbewegungen etwa bis zur Mitte des Auges vor. Hier sollte das dann enden. Wie genau das geht, das seht ihr alles im Tutorial. Das kann ich jetzt natürlich nicht nochmal machen, weil das Tutorial ist sehr, sehr lang und sehr ausführlich. Also schaut euch das mal an. Zugleich können wir auch highlighten. Also hiermit lassen wir die Partie optisch zurücktreten und wirken dadurch auch schmaler. Also dunkle Töne machen das Gesicht natürlich immer schmaler, wenn wir damit konturieren. Und zugleich können wir natürlich noch eine Partie hervorheben, nämlich der Wangenknochen. Und den können wir heller erscheinen lassen. Und dafür verwende ich auch ein Soft Matte Eyeshadow in der Farbe Velvet Passion. Das ist so ein schönes Wollweiß oder Cremeweiß. Der könnte fast noch ein bisschen weißer sein. Ihr könnt auch ein ganz normales Weiß nehmen. Allerdings gibt es diese beiden Töne jetzt nicht mehr im Sortiment. Die wurden rausgenommen, aber ihr könnt einfach einen anderen schokobraunen matten Ton nehmen. Matt, ganz wichtig, sonst glitzert ihr natürlich. Und auch einen anderen hellen Ton. Wie das geht, schaut euch das Tutorial an. Also, das ist auch mein Lieblingshighlighter, den man auch hervorragend dazu verwenden kann, unter der Augenbrauen Highlight zu setzen oder im Augeninnenwinkel, um das Auge noch ein bisschen offener und strahlender erscheinen zu lassen. Auf den Wangen benötigen wir jetzt natürlich noch ein bisschen frische Farbe, ein bisschen Rossi. Und dafür benutze ich, wie gesagt, meine beiden Lieblinge Princess Deluxe und Coral Starshine. Princess Deluxe für kühle Augenmakeups und Coral Starshine, wenn ich ein warmes Augenmakeup trage, damit natürlich auch das Augenmakeup zum Rouge passt, logischerweise. Also, achtet auch darauf, dass das immer schön zusammenpasst. gut, und dann arbeiten wir uns noch ein Stück weiter runter vor und dann sind wir am Mund angelangt. Für mich sehr wichtig, Lip Liner, um die Lippen ein wenig fülliger erscheinen zu lassen. Auch für diejenigen, die schmale Lippen haben, ist ein Lip Liner sehr, sehr geeignet. Ich benutze noch immer, denn ich finde ihn wirklich sehr gut, ganz schlicht von Essenz, den Long Lasting Lip Liner in der Farbe Wild Berry. Er ist zum Herausschrauben, jetzt ist noch gut ein Zentimeter dran. Normalerweise ist der so lang und er hält auch Ewigkeiten, also bis man den nachkaufen muss und er kostet, glaube ich, nur um die einen Euro. Super, super, wirklich, ich kann da super gut zurecht, ich brauche da auch keine teureren, obwohl ich die von Manhattan auch sehr gut geeignet finde. Aber die finde ich schon ein wenig klebend zum Teil und der gleitet richtig schön. Ich finde ihn wirklich sehr gut. Also, das ist mein Lip Liner Favorite aus dem günstigen Bereich und darüber trage ich meistens nur Gloss. Ich trage fast keinen Lippenstift, außer wenn ich abends mal weggehe und es ein bisschen intensiver sein darf oder wenn ich gerade zu einem schönen klassischen Anlass unterwegs bin, dann trage ich ein dezentes Augenmake-up und schöne rote Lippen, beispielsweise mit Hot Strawberry hatte ich letztens auch schon drauf, der ist ultra gut angekommen, den finde ich sehr, sehr schön für dezente und auch klassische, intensive Schmolkusslippen, aber tagsüber liebe ich Creme de la Creme. Die Nuance, die ich euch am Anfang des Videos schon gezeigt habe, die ganz dezente, passt zu jedem Augenmake-up, softet ein intensives Augenmake-up optimal runter, sodass es nicht too much wirkt, also wenn ihr ein intensives habt, so wie ich heute, ist dieser absolut ideal und wenn man ein bisschen mehr ins Rosé gehen will, aber auch noch natürlich sein will, dann der Everyday Starling, natürlich der Schatz für jeden Tag, der ebenso zu jedem Make-up passt. Super, super, ich liebe sie wirklich und ich trage keine anderen mehr. Okay, und dann sind wir mit dem Gesichtsbereich ja fertig. Gehen wir weiter zum Körper. Ich muss sagen, an Duschgel kann ich mich nicht entscheiden. Ich kann euch keinen Duschgel-Favoriten nennen, es gibt tausende. Es gibt von Fah ein schönes, das ist mit Schoko und Kokos. Es gibt ein tolles von Dusch, das nennt sich Traum von Dubai. Das riecht ganz aquatisch, aber auch so leicht nach Muskat. Das ist eher so die herbe Nuance und die finde ich auch super, super toll. Dann gibt es auch von Balea und Nivea und ganz vielen anderen Marken natürlich noch ganz, ganz viele fruchtige, süßlich riechende, das liebe ich ja, Duschgels, wo ich mich überhaupt nicht entscheiden kann. Also ich denke, ihr habt da auch schon euren Favoriten. Was ist denn euer Duschgel-Favorit? Das würde mich mal interessieren. Deswegen machen wir jetzt weiter mit Body-Lotion, denn da kann ich euch schon eher sagen, was mein Favorit ist. Ungefähr seit einem Monat, vielleicht auch noch ein bisschen länger, bin ich sehr vernarrt in die Garnier Body-Sommer-Feuchtigkeits-Lotion. Ich habe ihr sogar ein ganzes Video gewidmet. Ich verlinke euch das in der Infobox. Da stelle ich das ausführlich vor, auch im Vergleich zu normalen Selbstbräunern, denn dieses Produkt baut die Bräune natürlich erst nach und nach auf. Also Tag für Tag ein Stück mehr, sodass natürlich auch Streifen und Patzer und was alles beim Selbstbräunen passieren kann, überhaupt nicht zu Tage treten und man hier wirklich das gleichmäßigste Ergebnis erreicht, was ich bisher mit einem Selbstbräuner, was er ja auch ist, aber ein ganz, ganz leichter Halt, erreichen kann. Hier sind drin 400ml. Mich hat es 1€ gekostet, denn es war im Angebot. Normalerweise kostet es um die 4€. Auf jeden Fall wert. Ich finde es sehr, sehr gut. Und ich benutze das alle ein paar Tage und wenn ich dieses Produkt nicht benutze, dann benutze ich eine ganz einfache, super duftende Body Lotion, die mir sehr, sehr gut gefällt, denn sie riecht sehr stark nach Kirschen. Ich liebe es. Das ist von Balea die Soft & Care Body Lotion. Sanfte Pflege für samtweiche Haut. Cherry Dream. Und das ist wirklich ein Cherry Dream. 400ml sind drin, sollte zwischen 1,50 und 2€ kosten. Ich liebe diese Creme einfach super soft, macht die Haut sehr, sehr weich und duftet unglaublich gut nach Kirschen. Das bleibt natürlich nicht den ganzen Tag. Das heißt, ihr könnt auch noch problemlos Parfüm dazu tragen, ohne dass sich das in die Quere kommt. Aber wer so einen leichten Hauch auf der Haut mag, ich glaube, das ist genau das Richtige für euch, wenn ihr sowas mögt. Ich mag das sehr. Gut, und zum Schluss, was für mich auch super, super wichtig ist und auch mit dem Körperbereich zu tun hat, ist das perfekte Deo. Ihr könnt super geschminkt sein, ihr könnt total gut gepflegt sein. Wenn euer Deo versagt, ist das alles hin. Also achtet drauf, ihr braucht ein gutes Deo und bitte, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass man mit günstigeren Produkten leider nicht weiterkommt. Zumindest nicht für 24 Stunden und wenn man unterwegs ist und in der Uni oder auf Arbeit oder in der Schule wie ihr vielleicht. Also deswegen, ich schwöre schon seit langem auf Rexona. Rexona ist für mich das aller, 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 aller Beste und man kann es sich trotzdem noch leisten. Entweder in den großen Sprayflaschen oder jetzt als Roll-on. Die Wirkung ist haargenau dieselbe. Ich dachte auch immer, die Sprayflaschen seien etwas wirkungsvoller, was aber nicht stimmt, denn seit ich diese Roller probiert habe, weiß ich, die Wirkung ist genauso top und sie passen viel besser in die Handtasche und nehmen nicht so viel Platz weg. Hier sind drin 50 Milliliter, ein Rollkopf, wie ihr das kennt. Es riecht sehr nach Kräutern, denn ich habe jetzt hier die Variante Aloe Vera. Das ist Body Responsive, das heißt, immer dann, wenn ihr anfangt zu schwitzen, dann fängt das Produkt richtig an zu wirken und bietet euch besonderen Schutz. Also meine Lieben, das war es von meinen Favorites. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch was genutzt. Wenn ihr Fragen habt, immer fragt. Ich kann euch natürlich die Fragen beantworten, da ich diese Produkte liebe. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss! 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 Tschüss!